so hallöchen herzlich willkommen in mahlzeit servus und ja wir kommen zurück zu fifa 17 the journey mit alexander und ich muss sagen in der letzten zeit das mikrofon noch ein bisschen verstellen letzten zwei spiele jeweils ich möchte von euch dass wir heute an der ballverteilung arbeiten ich will präzise besser sehen willst du es mir wurscht so mir hauts gerade die pfeffer die nun rein flange schuss alles klar der trifft auch noch eher allmächtner allmächtner so knapp freunde so knapp hat er gemeint alter sehr schön komm baby baby den machst du baby den machst du aber alles so knapp kommt neuer versuch neuer versuch sehr schön tausend wenigste show sehr schön 800 1800 meine ich mehr einsatz mehr einsatz hat er gemacht so knapp komm baby ja gut gemacht komm schon nein der hätte natürlich was flankt denn der ja aber auch nur gut gemacht okay wo flankst du hin alex sehr schön ja ist aber auch nicht gut ne sehr schön wenigstens so knapp gut gemacht komm schon alex ja exzellent 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 yes es langt uns so jetzt gibt es auch noch ecke jetzt gibt es auch noch ecke ball ok welch ist unser spieler eigentlich fack ok 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 hopp jetzt auf heeey zunabend heute nein nein so knapp nein so junge ups nein wieder so knapp ja nein aber immerhin gut gemacht ok machen wir nochmal freunde machen wir nochmal fuck fuck ja das ist alles nix freunde das ist alles nix und wenn der dort jetzt nochmal raus geht der dann hauen aber an den eins gesicht neun ganz 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 schlecht ganz ganz schlecht hier ganz ganz schlecht hier ganz ganz schlecht hier ist es nahe kommen noch mal noch mal noch mal noch mal ja 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 wir treffen sogar alter geil nein nein so knapp komm junge komm junge geile flanke geiler kopfball nein gut gemacht neun ja jetzt ja abgeblockt komm schon der muss sein neun 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 aber fortsetzen komm ach ja 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 Ja, wenigstens Zweigstiegen mit Übersicht und lange Bässe. Okay, aber ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. So, ich denke mal, heute wird es gleich weitergehen. Im nächsten Spiel. So, Aroni Item. Schön, dass Alexander von Beginn an ran darf. Ich glaube, Wilmshunde werden von der Furore sorgen. Ah, das hast du schön gesagt. Ich hoffe es natürlich. Oh, gegen Wolves. Sind das die Wolferhampton Wanderers? Oder? Sind das die Wolferhampton Wolves? Sind doch die Wolferhampton Wanderers, oder nicht? Ah, wir knabbern an der 100.000er Marke. Okay, so wie es im aktuellen Vögel ist. Okay, Gentlemen, auf geht's! Nächstes Spiel, hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück. Newcastle United. Spiele im Fokus, Musa Sisoko. Sehr schön. Ah, schade. Schade, schade, Freunde. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Sehr schön. Ah, der kann sich, ah, der könnte sich durchsetzen. Obacht Flanke. Wo war dazwischen? Obacht, er kann doch mal einen Nachschuss. Kein Nachschuss. Fuck Ui, da wird der Kfouls, Junge Junge, geh die Karte hinterher Ja Boah Aber das war mir gar nicht, das war mir vom Turmrandein Alter, das war schon abseits Also wenn ich hinkommen werde Natürlich Uh, da haben sie sich verschätzt, Obacht Die Tuns, Obacht Das war schon Das war schon Sehr schön. Wunderwerde Obacht. Ja! 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 Fuck! Abgeblockt! Was? Nicht mal abblockt. Harbar stark danach ausgeschaut, Freunde. Sehr schön. Nein! Nein! Wiederschoss. Vertraut fürs Erste. Sehr schön. Schade, 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 schade. Sehr schön. Nein! 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 Ich habe mir gedacht, dass ich den Ball überhaupt bekomme. Das ist jetzt schon wieder. Abseits. Nein! 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 Und schon, Scheppert ist mit dem Gebellt, Alter! Lass mich verarschen! Nein! 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 Ich habe mich nicht in der Position halten. Ich habe mich in der Position halten da vorne. Oh, da wird er gut getaggelt! Alexander, alter Verwalter! Nein! Nein! wir loggen die ab hier gut geklärt so jetzt gibt's gelbe hier noch oder was Check Price Alles Chlor Gut aufpasst, sehr schön Sehr schön Nein Sehr gut Männer, sehr gut Männer auf jetzt Fuck Fuck Was machen die? Hallo, ich bin hier, du Droddl So zwei Minuten Nachspielzeit Ich denke die Messe in der ersten Halbzeit wird angelesen sei Wir werden zwar gerade angefeuert, aber es bleibt beim 0 zu 1 zur Halbzeit Deine Zweikämpfe sind nicht effektiv Daran musst du aber in den Zug passen, statt dem Gegner den Ball zu geben Ach komm Das geht mir schon so dermaßen auf den Sack hier Das ist das blöde Gelaber immer von Dini Schlechtes Timing, ey, dann leck mich doch Hey Alter, ihr seid so kacke Furchtbar, Freunde Furchtbar Furchtbar Oder ich bin einfach zu blöd, keine Ahnung Das kann natürlich auch sein Alter, Alexander ist verletzt Alter, leck mich doch Oh Mann, jetzt bin ich auch noch verletzt Muss ich jetzt runter? Eieieiei Ich hoffe es ist nichts Schlimmes Eieiei Nein 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 Was macht ihr? Uiuiui, ich habe mich aber verletzt ich hoffe das ist nichts Schlimmes ich hoffe wirklich das es nichts Schlimmes ist jo ja boah was für ein Pfund was für ein Pfund von Alex Hunter alter Schwede ei 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 holler die Waldfee zur Obacht oh da wird abgefilcht uiuiui der Wahnsinn einfach nur der Wahnsinn ihr dürft ja auch angreifen verteidiger ne so ist es nett Dunderwetter Dunderwetter Junge ei 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 freunde der Sonne komm nimm den Ball ab dass ich hier den Ball krieg ja 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 Ja, schwacher Schuss und dann geht es gleich um 3 Punkte, um 0,3 Punkte runter wieder hier, ne? Wenigstens schieße ich jetzt auch schon mal aufs Tor, ne? Das ist jetzt schon wieder... Ah, schon wieder abseits da. Beklärt schon wieder, so unnötig, Freunde. Wirklich, das ist so unnötig zur Ecke. Boah, was machen die? Alter! Hey, Alter, ohne Witz, was will ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Sagt mir das mal einer, bitte. Was soll ich denn da machen in der Situation? Ja! Ja! Torvorlage wieder Alexander! Yes! Sisoko! Yes! Ja! Yes! Newcastle ist aus dem Häuschen! Hier nochmal, wunderschön Alexander! Im richtigen Moment passt er! Sisoko trifft! Alter, ohne Witz, Musa Sisoko! Musa Sisoko! So, den schauen wir uns mal an, für die noch ist es so. Sehr schön! Das gibt's nicht! Hunter, nochmal! Kopfball! Das gibt's nicht! Jetzt geht's hier aber richtig ab! Jetzt geht's hier aber richtig ab! Vor, Freunde, alles vor! Foul! Da wird er faulen! Es gibt nochmal Freistoß! Es gibt nochmal Freistoß! Und nochmal die gelbe Karte, Freunde der Sonne! Was ist denn hier jetzt los? Connor Cody! Ja! Nein! Nein! Nimm den einen den Ball weg, Junge! Nimm den einer den Ball weg! Jetzt gibt's die Konterschuss! Leck mich, fährt vier Minuten Nachspielzeit! Sehr schön! Da wird der A-Rüdig foult! Schiri sagt aber weiter! Uh! Eins zu eins! Trennen sich dann beide Mannschaften! Ah, fuck! Wir waren aber gut, ne? So, Übersicht, tolle Übersicht bei dieser Vorlage, beeindruckend Übersicht bei den Steilpässen! Schönes Timing im Zweikämpfen! Mach weiter so, lass keine Ballverluste zu! Ja, an dem muss ich halt noch richtig, richtig arbeiten an mir! Aber ansonsten wieder eine Vorlage im dritten Spiel hintereinander, kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen! Ja, noch mal eine Vorlage! Ich hab schon Schlimmeres gesehen! Mit Pech geht das weg! Pech? Warum das denn? Richtig, du bist ein Kind! Pause, Eis, Compression, hochlagern! Nimm eine kurze Auszeit, dann trainier weiter! Nein! Du musst clever sein, Alex! Es gibt kein Grund, immer nur Vollgas zu geben! Teilst dir ein! Such dir deine Glanzpunkte! So wie, Ibrahimovic, Berbatov? Ja, ungefähr so! Aber wir haben da noch... Okay, anscheinend läuft's doch ganz gut! Aber wir haben doch gar nicht so schlecht gespielt! So, wir haben jetzt 100.000! Kann man schon mal machen! So, 1-1! Ja, wir sind aber weiter irgendwie noch im Mittelfeld! Nur der... zweiten englischen Liga! So, Junge! Wir lesen, was wir heute hatten! So, Newcastle holt einen Punkt! Immerhin ist meine Woche nicht im Eimer! Ist schon okay! Magpies! Nächstes Mal werde ich von Tottenham Fest schon mit dem Remis zufrieden! Ich glaube, wir sollten Alexander zurückholen! Ja, das glaube ich auch! So, unentschieden! Alexander macht momentan irgendwie zu wenig! Cameron Wilson! Alexander hat heute gezeigt, dass er nicht nur Torschütze, sondern auch Vorbereiter sein kann! Newcastle und Alexander mit einem Unentschieden! So, dann war es das auch für diese Folge, für diese Woche! In diesem Sinne, macht's gut! Bye-bye! Servus! Und bis morgen zu FIFA 17! Euer Frank Honja!